So, willkommen liebe Leute, schon ganz ganz kurz ein Infovideo. Ich habe es gerade erst gemerkt, der Tenor hat es ganz kurzfristig gestern angekündigt. Heute findet, wie ihr sehen könnt, eine Pokémon Direct Start um 16 Uhr. Ähm, ja, ich bin gespannt, dass ihr es dir zeigt. Es ist wirklich total kurzfristig. Ich habe gerade erst gemerkt, wir werden heute um 16 Uhr natürlich live streamen. Ähm, und was steht denn hier? Seid dabei, wenn ihr in Pokémon Direct spannende Neuigkeiten der Pokémon Serie bekannt geben. Alter, wenn ihr da Pokémon Stars für dich Witz oder sowas ankündigen, ich wollte es richtig feiern. Seht ihr am Dienstag, am 16. Juni, das ist heute, um 16 Uhr wieder vorbei, um die Direct Live anzusehen. Okay, also heute um 16 Uhr ist hier diese Pokémon Direct. Wir werden diese live übertragen, heute ab 16 Uhr. Zusätzlich so, ähm, die 200 Abonnenten-Species, die heute Abend kommen, zu dem gleich noch im Video kommt. Die ist nur eben schnell als Info dafür, dass es heute eine Pokémon Direct gibt, ab 16 Uhr und dass wir diese live übertragen werden. Ich hoffe, ich sehe euch heute um 16 Uhr, wenn ich die Pokémon Direct übertrage, liebe Leute. Macht's gut, bis später und ciao!